Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten. Am 4. Februar 2022 wurde Wladimir Putin zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele herzlich von Xi Jinping empfangen, nur wenige Tage vor Russlands Überfall auf die Ukraine. Mehrere westliche Regierungen boykottierten die Spiele wegen der Menschenrechtslage der Uiguren. China und Russland gemeinsam gegen den Westen, das ist nicht neu. Wie aber steht es wirklich um die Beziehungen zwischen China und Russland? Die beiden Ländergrenzen aneinander, haben aber auch eine konfliktreiche Geschichte. Beide haben die gleiche Weltsicht bei strategischen Aspekten, Autoritarismus, Verachtung für die US-Hegemonie und westliche Werte. Jedoch steckt hinter der Freundschaft auch das Streben nach Macht. Dieses sehr ambivalente Verhältnis versteht man am besten mithilfe unserer Karten. Russland ist mit 17 Millionen Quadratkilometern das größte Land der Erde, hat aber nur 145 Millionen Einwohner. China ist mit 9,6 Millionen Quadratkilometern halb so groß, hat aber zehnmal so viele Einwohner. Und es ist inzwischen die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA. Russland steht trotz seiner Größe nur an elfter Stelle. Die gemeinsame Grenze, eine der längsten der Welt, erstreckt sich über 4200 Kilometer. Im Westen sind es gut 40 Kilometer zwischen Kasachstan und der Mongolei zur chinesischen Region Xinjiang. Im Osten sind es von der Mongolei über 4000 Kilometer bis zum Pazifik, unter anderem an den Flüssen Argun, Amur, Usuri und Tumen. Bisher waren diese Gebiete nur wenig erschlossen und es gibt dort nur wenige Großstädte. Khabarovsk, Komsomolsk am Amur und Wladivostok in Russland, sowie in China Manjur, Heihei und Ballungsgebiete wie Harbin weiter südlich. Es gibt insgesamt nur 23 Grenzübergänge, auch wenn im Juni 2022 die erste Straßenbrücke über den Amur zwischen Heihei und Blagovezhensk eingeweiht wurde. Bemerkenswert ist der Kontrast zwischen den fünf Grenzbezirken des russischen fernen Ostens mit 5,3 Millionen Einwohnern, die meisten Russen leben westlich des Urals, und den drei dicht bevölkerten chinesischen Grenzprovinzen mit 80 Millionen Einwohnern. Abgesehen von der geografischen Beschaffenheit haben die chinesisch-russischen Beziehungen aber auch eine lange Geschichte. Ende des 17. Jahrhunderts stoppte die Qing-Dynastie die russische Expansion in Asien. Aber im 19. Jahrhundert nutzte das zaristische Russland Chinas Schwäche zur Annexion der Gebiete nördlich des Amur. Nach der Oktoberrevolution von 1917 kam es zur Annäherung. Die sowjetischen Kommunisten unterstützten ihre chinesischen Genossen und bei der Gründung der Volksrepublik 1949 gab sich Khrushchevs UdSSR als deren große Schwester. Aber in den 60er Jahren stellte sich Mao gegen Khrushchev. Das führte 1969 schließlich zum Krieg zwischen den beiden Atommächten. Der Bruch ermöglichte drei Jahre später die Annäherung Chinas an die Vereinigten Staaten. Der Fall der Mauer, der als Sieg des westlichen Modells galt, führte dann wieder zu einer Annäherung zwischen China und Russland. 1989 besuchte Gorbatschow Peking und setzte auf wohlverstandene gemeinsame Interessen. Moskau hatte viele Waffen und Rohstoffe zu verkaufen, vor allem im fernen Osten. Erdgas, Erdöl, Kohle, Holz, Blei, Zink, Silber. Das interessierte China, dessen Wirtschaft boomte und gegen das ein Waffenembargo wegen des Tiananmen-Massakers verhängt worden war. Die letzten Grenzstreitigkeiten bei Khabarovsk wurden rasch beigelegt. Und 1996 schlossen die beiden Staaten eine strategische Partnerschaft, die 2001 um einen Nachbarschaftsvertrag ergänzt wurde. Ein weiteres Anzeichen für den Schwenk nach Osten war die Annäherung beider Mächte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Als ständige Mitglieder widersetzten sie sich der Intervention der NATO im Kosovo-Krieg 1999. Ihr Ziel war eine Entwestlichung der Welt und der Kampf gegen die Hegemonie der USA. Der Amtsantritt von Xi Jinping 2012, hier bei seiner ersten Auslandsreise nach Moskau, begünstigte die politische Zusammenarbeit. Aufschlussreich ist, dass zwischen 1946 und 2022 die UdSSR und dann Russland, 118, China 17 Mal ihr Veto einlegten, denn sie wollten die Kontrolle über ihr nahes Ausland behalten. Hongkong, das Seegebiet vor seiner Küste und Taiwan für China, die Krim und Syrien für Russland. Und seit 2007 legten beide Mächte bei der UNO 14 Mal gemeinsam ihr Veto ein und verhinderten unter anderem im Februar 2012 die Verurteilung der blutigen Unterdrückung in Syrien. Aus der Partnerschaft war praktisch ein Bündnis geworden. Doch als im März 2022 über eine Verurteilung von Putins Angriff auf die Ukraine abgestimmt wurde, unterstützte China Russland nicht, sondern enthielt sich, was die komplexe Beziehung zwischen den beiden Ländern deutlich macht. Trotz des gemeinsamen Erbes, Kommunismus, Staatskapitalismus, Autoritarismus, stimmt China seine Unterstützung auf die weltweiten Kräfteverhältnisse ab. Wie wirkt sich also der Krieg in der Ukraine auf die chinesisch-russischen Beziehungen aus? Zunächst zur gegenseitigen Abhängigkeit. Im Energiebereich ist China als weltweit grösster Energieverbraucher weiterhin ein lebenswichtiger Markt für Russland, das weltweit zweitgrösste Erdgas- und drittgrösste Erdölexportland. Denn durch den Krieg in der Ukraine hat Russland viele seiner europäischen Kunden verloren. Beim Erdöl hat es seit zehn Jahren bereits seinen Anteil am chinesischen Erdölimport verdoppelt und Saudi-Arabien überholt. Das Erdöl gelangt in die Industrieregionen im Nordosten Chinas sowie nach Japan und Südkorea durch die Ost-Sibirien-Pazifik-Pipeline, die zweitgrösste der Welt. Dazu kommt eine Erdöl-Pipeline durch Kasachstan. Was Erdgas anbelangt, so haben Gazprom und die CNPC 2014 den grössten Vertrag der Erdgasindustrie unterzeichnet. 400 Milliarden Dollar in 30 Jahren mit Lieferungen durch die Erdgasleitung Kraft Sibiriens I oder von Sakhalin aus. Aber seit Februar 2022 muss Russland, um an China und Indien mehr Gas zu verkaufen, Preissenkungen bis zu 20 Prozent hinnehmen. Und Russland drängt auf den Bau der Erdgasleitung Kraft Sibiriens II. Es hofft ab 2030, China einen Teil des Gases aus West-Sibirien liefern zu können, das bisher für Europa bestimmt war. Experten zufolge würde es allerdings mindestens zehn Jahre lang riesige Investitionen erfordern, die sibirischen Erdgasfelder mit China zu verbinden. Im militärischen Bereich sind die chinesisch-russischen Beziehungen noch zwiespältiger. Seit 2005 führt man regelmäßig gemeinsame Manöver durch. Im Mai 2022 vor Japan und Südkorea und im September Wostok 2022 in Sibirien. Aber nach dem Boom der 2000er Jahre reduzierte China seine Waffenkäufe in Russland. Es entwickelte inzwischen eigene Waffen und Moskau weigerte sich lange, ihm die modernsten Systeme zu verkaufen. Diese zögerliche Haltung wurde aber nach der Annexion der Krim aufgegeben und Peking erwarb inzwischen 24 Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ SU-35 und Flugabwehrsysteme S-400. Schliesslich ist China seit mehreren Jahren das größte Lieferland für Konsum- und Investitionsgüter sowie für Lebensmittel an Russland, inzwischen noch vor Deutschland. Im Juni 2022 kam jedes fünfte in Russland verkaufte Auto aus China. China verkauft auch sein Know-how bei Überwachung und künstlicher Intelligenz. Und Huawei könnte das künftige 5G-Netz in Russland bauen. In finanzieller Hinsicht verzichten seit dem Krieg in der Ukraine russische Banken und Märkte mehr und mehr auf Euro und Dollar zugunsten des Yuan. Der Handel zwischen China und Russland nimmt also zu. Aber wenn das kriegführende Russland auch auf China angewiesen ist, so sind chinesische Unternehmen bei der Hilfe für russische Firmen sehr viel zögerlicher, um nicht unter die US-Sanktionen zu fallen. Denn für China sind die USA, Japan und die EU weiterhin die wichtigsten Handelspartner, weit vor Russland, das an 14. Stelle steht. Deshalb setzt man beim Ausbau der neuen Seidenstraßen in Peking vor allem auf Projekte in Zentralasien, dem Kaukasus und der Türkei und investiert in Russland nur, wenn sich die Projekte auszahlen. China liegt vor allem an Stabilität in seinem großen Nachbarland und es unterstützt offiziell Putins Regime, jedenfalls bis zum Krieg in der Ukraine. Das wurde auch in der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit deutlich, zu deren Gründungsmitgliedern China und Russland gehören. Dort stand China bisher an Russlands Seite, insbesondere gegenüber Kasachstan, einem wichtigen energiepolitischen Akteur. Aber das Verhältnis könnte sich durchaus ändern. Erst die Zukunft wird zeigen, ob Peking das neue Kräfteverhältnis nutzen wird, um sich im Weltsicherheitsrat stärker durchzusetzen. Beim Thema Taiwan und dem Seegebiet vor seiner Küste, aber auch in Vietnam und in Indien, sowie auf dem nördlichen Seeweg, wo Moskau bisher sorgsam seine Interessen schützte. Denn kulturell sind die beiden Gesellschaften recht unterschiedlich und einander sogar ziemlich fremd. In Russland ist antichinesischer Rassismus weit verbreitet. Und auch wenn bisher nur 200.000 bis 300.000 Chinesen im russischen fernen Osten arbeiten, prangern russische Nationalisten immer wieder eine schleichende Kolonialisierung oder sogar eine vollständige politische Unterwerfung ihres Landes an. Die chinesisch-russische Freundschaft ist also ambivalent. Sie beruht auf einer gemeinsamen Weltsicht, wird aber auch durch die Rivalität bei den jeweiligen imperialen Bestrebungen infrage gestellt. Auch der Krieg in der Ukraine trägt zur Spaltung bei, denn die Rückschläge der russischen Armee verleiten Peking dazu, seine Unterstützung zu überdenken. China ist solidarisch mit Russland, solange das seinen Interessen dient. Langfristig käme es Peking durchaus gelegen, wenn Russland geschwächt und isoliert aus dem Konflikt hervorgehen sollte, endgültig getrennt vom Westen und einer asiatischen Welt zugewandt, in der das Reich der Mitte uneingeschränkt herrscht. Zum heutigen Thema empfehlen wir an den Ufern des Amour, die vergessene Welt zwischen China und Russland von Sören Urbanski und einen geopolitischen Atlas Russlands von Delphine Papin vom kartografischen Dienst der Tageszeitung Le Monde. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017